Schau da, eine Runde Aachen. Ja, eine Runde Teamkäschen halt auch Aachen. Was nennen wir ihn da? Roter Baron. Westige 44. Auf geht's Bulma, auf geht's. Da, gelegt mich doch am Arsch. Tigger, was du hier? Machst du mich? Pfff. So. Komm schon hinten. Und das Werfel. 1-0 steht schon. Der Luisel. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Na nicht du. Die Gegner, was andere? Was ist da hinten? Was ist da hinten? Ich war nicht gerade hinten. Ich habe am Anfang gerade gesehen. 2-0. Verdammt. 1-0. 2-0. Was ist Pfeil für ein? So ein Sauherst. Der Rucksack, genagelt. Jemand wurde genagelt. Mensch, nimmt man schon wieder so ein krassliches Viech die Abschüsse weg. Sorry. Aufklärungsflieger, bereit für die Mission. Vorräte, bereit zum Abwurf. Wo sollen sie hin? Jaaast. Reinsch. Reinsch. Jaa. Überaufstieg. So, gnadenlos einmal. Ah, jetzt haben sie mich. Aber gnadenlos war's. Vorräte auch wieder. Jaaast. Sehr schön. Ich hab zwar angestochen. Nein, jetzt ist Seitenwechsel wirklich. Und ich hol meine Vorräte beim Gegner. Das kann sein, dass Seitenwechsel ist. Leegorch. Ich riskiere es halt nochmal. Schütz die Abwurfzone! Na gut, den Auftrag mit 20 Abschüssen nimmt ihm das jetzt schon weg. Ich hab's mal Drohne. Ich hab keine Drohne, die haben einmal gehofft gegen den Stuhl. Bin ich beleidigt. Wie hast du? Wie hast du? Digger. Halt die Gauschen da hinter mir. Schreit, dass er da einmal umgeht. Warum stirbt man nicht, Alter? Du willst einfach noch krepieren, was anderes willst du du Schwadler? Schwadler du. Ich hab's gewusst, dass er hinter mir kam. Hm. Erst. Wo ist denn jetzt stehen, du Saufich? Jawohl. 34. 20. Macht nichts. Stig. Jetzt rein. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 4. 5. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. Ich will drei Österreicher sein, unter den ersten drei. Jawohl, ich bin der erste. Wieso musst du es gleiche wie?